Herzlich Willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und es ist mal wieder Zeit, dass wir uns in die Tiefen der Mittelalter-Videos begeben oder auch die Untiefen. Auf YouTube, auf TikTok, überall gibt es Inhalte zum Mittelalter. Ich habe ein paar davon rausgesucht, relativ zufällig. Ich kenne keinen davon. Ich gucke sie alle mit euch zum ersten Mal an und da draußen die Weltpolitik gerade aus den Fugen gerät, dachte ich, wir entfliehen dem Ganzen eine Zeit lang und schauen uns großen Quatsch an. Ich hoffe, es ist viel großer Quatsch dabei. Also natürlich würde ich mich freuen, wenn weniger Quatsch dabei wäre, aber unterhaltsamer ist es mit Quatsch und ich glaube, die werden uns nicht enttäuschen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Einschub. Wir nähern uns Weihnachten und wer noch einen Adventskalender braucht, es gibt einen Adventskalender von Holy. Da sind 24 Probe-Pakete drin. Da oben ist eine exklusive Flasche und tatsächlich, ich habe hier einen, den werde ich in der Vorwarnerszeit immer mit euch öffnen, aber ich kann durchaus empfehlen, da mal reinzuschauen. Und wer es noch gar nicht kennt, ich werde immer wieder gefragt, warum ich ausgerechnet dafür Werbung mache. Ich trinke die Sachen tatsächlich, die schmecken mir und das ist so mein Energy-Trink, das ist auch auf Reisen immer mein Trink. Und wenn die Leute es dann ausprobieren, kommt oft die Reaktion, dass sie es dann verstehen. Also es schmeckt tatsächlich besser als klingt. Was rede ich da? Ich bin bald kein Partner mehr von Holy, wenn ich es so weitermache. Nein, im Ernst, holt euch mal den Probier-Pack. Unter dem Video findet ihr einen Link, da findet ihr auch einen Gutschein-Code und damit kriegt ihr das Ganze günstiger. Und haltet mal die Augen offen, demnächst haben die Black Week, da kommen ein paar neue Sorten oder alte Sorten zurück. Es gibt tolle Angebote, da werde ich euch einfach nochmal drauf hinweisen. Also da ein bisschen die Augen offen halten. So, Videos. Mehr oder weniger schlechte Videos. Gucken wir rein. Das erste Video heißt Acht Gründe, wo auch dein Leben besser ist als das eines Königs oder einer Königin im Mittelalter. Habe ich auch schon häufiger gehört, die auch so in weniger schlechten Kreisen geht das rum, dass heute ein normaler Mensch besser leben würde als ein König im Mittelalter. Okay, schauen wir uns mal an, was so die Argumente sind. Ich bin sehr gespannt. Okay, das ist irgendwie aus, ist das nicht Tudors? Das ist doch irgendwie aus Teilen der Tudors, der Serie zusammengestückelt. Witzig. Also wir werden ganz viel KI-Quatsch sehen. Das ist diesmal nicht das Hauptthema, aber natürlich macht euch da keine Hoffnung, dass wir gute Bildquellen sehen oder sowas. Träumt hast, ein König oder eine Königin des Mittelalters zu sein, um in wunderschönen Burgen zu leben, an großen Festmählern teilzunehmen und glamouröse Feiern zu genießen. Das ist jetzt der sehr trashige, aber gar nicht mal ununterhaltsame King Arthur Film. Der ist noch nicht so alt, aber wirklich großer Trash, aber halbwegs guckbar. Es gibt ja auch seit der Zeit noch den Robin Hood Film, rate ich sehr ab. Der Film, wenn man überhaupt nichts Historisches haben will, den kann man sich angucken. Klingt das natürlich perfekt. Doch König oder Königin im Mittelalter zu sein, war nicht so wundervoll, wie du vielleicht denkst. Trotz der Macht, fast alles zu tun, was sie wollten. Da hört es schon auf, weil sie haben nicht die Macht, fast alles zu tun, was sie wollten, weil wir immer noch von Machtgefügen reden. Die sind ja immer noch auf ihre direkte Umgebung angewiesen. Da sind wir weit von Absolutismus und ähnlichen Dingen entfernt. Die Bilder, also bis jetzt haben wir Film 10, jetzt haben wir mal ein Historismusbild. Wir haben noch nichts gesehen, was aus dem Mittelalter stammt. Gar nichts. Gibt es viele Hinweise darauf, dass unser heutiges Leben luxuriöser und sicherer ist als... Also auch das da im Mittelalter. Und unser heutiges Leben ist luxuriöser und sicherer als damals. Sicherer? Ja, vielleicht. Luxuriöser? Ich bin auf die Argumente gespannt. Damals. Hallo, Geschichtsreisende. Heute zeigen wir euch, warum das Leben der Könige und Königinnen nicht so wunderbar war. Neugierig geworden? Dann lasst uns direkt... Geht so, aber wir gucken trotzdem weiter. Das ist jetzt so... Oh, Mittelalter-Markt-Feeling? Schreck. Loslegen. Gebt schon mal euren Super-Like und los geht's mit dem Video. Also ihr könnt bei mir gerne einen Like dalassen, aber Super-Like habe ich gar nicht und bei denen lasst das sein. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho es soll Mittelalter sein. Was trinkt die da? Warum trinkt die? Was sehe ich da? Vampirismus? Ei, ei, ei. Übel. Quecksilber trinken. Quecksilber. Es soll Quecksilber sein? Also da muss ich euch was sagen. Quecksilber sieht anders aus. Glück gibt es heute mehrere Behandlungen gegen die Beulenpest. Auch ja, ja, es gibt Behandlungen gegen die Beulenpest, das ist richtig, Antibiotika. Wollen wir uns jetzt erzählen, dass die Könige damals Quecksilber getrunken hätten gegen die Beulenpest? Bekannt als schwarzer Tod. Doch diese Krankheit war eine ernste Bedrohung für Mittelalter. Es geht um die Pest und wir sehen eine Pestmaske. Es muss einfach sein, es geht nicht anders. ...alterliche Herrscher. Als eine riesige Epidemie Europa im 14. Jahrhundert heimsuchte, stand... Oh, guckt's euch an. Moment, was seh ich da? Also genau dieses Bild ist ein wirklich gutes Bild, das immer wieder verwendet wird, also zeigt auch Krankheit. Zeigt allerdings eine biblische Plage, also die, 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 Moses und die, die Plagen, die Ägypten heimsuchen, also ob das die Pest darstellen soll, ist, sei dahingestellt. Es sieht auch nicht aus, wie die Beulenpest aussah, weil bei der Beulenpest hast du halt die Beulen vor allen Dingen an den Lymphknoten und so. Das könnten auch die Pocken sein, ist aber jetzt völlig unklar. Ähm, aber ich hab diese Bildquelle gerade erst verwendet. Mir sind da keine Hühner aufgefallen. Warum seh ich hier Hühner auf der Bildquelle? Was? Warum? Warum tut ihr Hühner auf die einzige Bildquelle, die ihr benutzt? Wieso? Wieso? Ab ein Drittel der Bevölkerung. Um die Beulenpest zu heilen, banden einige Menschen lebende Hühner um ihre geschwollenen Beulen. Wir haben die Aussage, ich würde nicht mal sagen, dass es nicht gab. Also es gab, stellt euch vor, die Leute waren verzweifelt, weil sie konnten nichts tun. Die Leute sind in Massen gestorben und du bist verzweifelt. Dann tust du verzweifelte Dinge. Und wenn dir jemand sagt, Hühner helfen, dann versuchst du wahrscheinlich auch Hühner. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob Leute sich lebende Hühner an die Beulen gebunden haben. Was aber schwierig wäre, weil wie gesagt, Lymph, ich will es nicht wissen. Ähm, wobei wir hatten auch schon mal eine Doku, die hat behauptet, die Leute hätten sich mit lebenden Gänsen in den Hintern abgewicht, mit lebenden Gänsen. Ähm, aber die Aussage haben die jetzt. Was machen wir? Wir haben ja gar keine Quelle. Nimm da einfach, nimm das Bild, klatschen ein paar Hühner drauf, dann haben wir unsere Quelle. Andere machen das auch, sie machen es aber geschickter. Aber das war gerade so, okay, die Leute binden sich also. Also wie gesagt, ich bezweifle nicht, dass das im Einzelfall passiert ist. In der Masse habe ich noch nie gehört. Völlig neu. Tränke waren eine beliebte Alternative und enthielten meist Quecksilber und Asen, die von ihren... Asen. Gut, wir haben es mit einer computergenerierten Stimme zu tun, das war aber klar, aber Asen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie normannische oder nordische Götter in den Trank reinkommen. Ich stelle mir das schwer da so vor, so ein Odin da in den Trank reinzuarbeiten, aber wenn die das sagen, dann wird das stimmen. Und natürlich sind Tränke beliebt. Was machen wir denn heute, wenn wir krank sind? Wir gehen in die Apotheke und holen uns einen Trank, teilweise in Pillenform, aber es ist genau das Gleiche. Also, ein Wirkstoff irgendwo, ja, natürlich waren Tränke Medizin, logisch, aber dass die ständig Quecksilber und Asen enthalten haben sollen, in Spuren vielleicht, aber das ist heute immer noch so. Die Dosis macht das Gift. Ansonsten war Quecksilber auch ein echt teures Zeug. Von ihren Herstellern meist Quecksilber gibt es eine Alternative und enthielten meist Quecksilber und Asen, die von ihren Herstellern oft als Einhornhorn bezeichnet wurden. Nein. Vor allem, weil niemand das Ungelenkwort Einhornhorn verwendet hätte. Also, ja, natürlich wurden allerlei Wundermittel genommen, aber ein Trank mit Quecksilber und Arsen als Einhornhorn, wieso? warum? Und lustige Dinge in der Medizin zu verwenden, das ist halt heute noch so. Also, ich finde es immer wieder lustig, dass wir über die mittelalterliche Medizin uns amüsieren und wenn du mal guckst, was so an esoterischer Medizin unterwegs ist, ui, das sollten wir uns zurückhalten. Ganz dringend. Einige Heilgetränke enthielten sogar zermahlene Edelsteine wie Smaragde und Saphire. Ja, natürlich, klar. Also, natürlich, Steine haben Macht. Wer es sich leisten konnte, ist bestimmt auch sowas reingegangen. Aber auch das ist nichts Typisches. Das ist jetzt wieder ein Bild von mittelalterlicher Medizin, das einfach trauenerregend schlecht ist. Heute wissen wir sicher, dass diese Mittel die Pest nicht verhindern konnten. Natürlich wissen wir sicher, dass das die Pest nicht verhindern konnte. So ein Unsinn. Aber es wurde auch gar nicht so groß versucht. das sind keine Mittel, die ich so aus dem Bereich Pest wirklich bisher gefunden hätte. Und Quecksilber oder Steine zu trinken, definitiv nicht gesucht. Schöne Bildquelle, der Totentanz. Sundheitsförderlich ist. Und was hat das jetzt mit Königen zu tun? Weil es heißt doch, acht Gründe brauchen dein Leben besser ist als das eines Königs oder einer Königin im Mittelalter. Und was hat der ganze Punkt jetzt mit dem König zu tun? Heirat zwischen Cousins Die meisten mittelalterlichen Könige und Königinnen heirateten aus politischen Gründen, um Bündnisse mit anderen Ländern zu schmieden. Das ist korrekt. Und jetzt kommt, glaube ich, der Punkt. Da königliche Paare über Generationen hinweg aus denselben Familien stammten. Ihr habt doch gerade das Gegenteil gesagt. Ihr habt doch gerade ganz richtig gesagt, dass man adelig oder hochradig aus anderen Ländern heiratet. Und jetzt sagt er so aus derselben Familienstamm. Also wenn wir die Geschichte weitergehen, dann wird das ein echter, eine echte Familienangelegenheit. Also so kurz vor dem Ersten Weltkrieg, die waren alle miteinander verheiratet. Äh, Quatsch. Die waren alle miteinander verwandt, aber im Mittelalter doch nicht. Waren königliche Ehepartner oft Cousins. Ironischerweise verbot die Kirche die Blutsverwandtschaft bis zum siebten Grad bis ins 13. Jahrhundert und auch später. Also die Kirche war da relativ hinterher. Die meisten Adligen erhielten eine päpstliche Erlaubnis oder ignorierten die Regeln einfach. Einige der berühmtesten mittelalterlichen Herrscher und ihre Ehepartner waren Cousins, um diplomatische Ziele zu erreichen. Ich verstehe immer noch nicht, welche diplomatischen Ziele ich erreiche, wenn ich meinen Cousin oder Cousine heirate. Es wird mehr im Verlauf des Mittelalters, weil diese Familien Verwandter werden eben wegen solchen heiraten. Aber das ist vor allen Dingen ein Riesenproblem der Neuzeit. Nach dem Mittelalter wird es richtig dramatisch. Also siehe Habsburger und sowas. Aber im Mittelalter ist es sogar noch vergleichsweise harmlos. Wilhelm der Eroberer und seine Frau Mathilde von Flandern waren entfernte Verwandte und er trotzte dem Papst, um sie heiraten zu können. Ja, entfernte Verwandte ist jetzt nicht Cousin und Cousine. Und die Kirche hat dann tatsächlich auch ist eingestritten. Wie ihr seht. Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien waren Cousins zweiten Grades und der lange Inzest in ihrer Familie führte zu vielen gesundheitlichen Komplikationen. Verwechselt ihr jetzt mit den Habsburgern, weil kurz danach, relativ kurz danach übernehmen die Habsburger das Ganze und dann haben wir die Probleme. Ich glaube, dann verwechselt ihr Dinge. Kranke heilen Also ich glaube, wir kommen jetzt aufs Königsheil. Das ist tatsächlich eine Vorstellung. Kennt ihr aus Herr der Ringe? Aragon. Die Hände des Königs sind Hände von Heilern. Ja, das ist eine mittelalterliche Vorstellung. Also Tolkien hat da in alten Legenden sich bedient und also auch der Grund eben ist, heute lebe ich besser als im Mittelalter, weil ich meine Cousinen nicht heirate und dadurch Macht und Einfluss bekomme. Jetzt ist es ein Gegenargument, weil meine Hände ja heilen können in der Vorstellung. Das göttliche Recht der Könige war mehr als nur ein Recht. Es war auch eine heilende Berührung. Die sogenannte königliche Berührung verlieh den Händen eines Königs oder einer Königin magische Kräfte und Bürger, die an Krankheiten litten, flehten die Herrscher um Berührung und Heilung an. Also die sind nicht ständig zum König gekommen und haben gesagt, bitte heil mich. Aber man muss sich klar machen, ein König ist eine quasi sakrale Figur. Der hat auch einen priesterähnlichen Status. Also die Krönung ist nicht das Wichtige. Die Salbung ist das Wichtige. Man wird zum König gesalbt. Teilweise bis heute eigentlich, der König wird bis heute gesalbt. Und dadurch ist er eben auch eine quasi religiöse Figur. Und ja, so Vorstellung, dass der König oder auch Gegenstände des Königs heilende Wirkung haben können, gibt es tatsächlich. Man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass da alle Kranken zum König gepilgert sind. Und hier, fassen wir mich mal an, der ist ja kein Dienstleister. Viele Kranke hofften auf die Hilfe der Könige und Königinnen in der Hoffnung geheilt zu werden. Herrscher mussten oft Hunderte von Kranken berühren, um ihre Heilkräfte zu gewähren. Weiß. Und diese Leidenden erlebten angeblich Wunderheilungen. Nicht nur durch die königliche Berührung, sondern auch durch einige Münzen. Und, 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 also ich habe es jetzt verstanden. Der musste so viele Menschen jeden Tag berühren, dass das ein Grund ist, warum ich heute besser lebe als ein König im Mittelalter. Und was sehen wir da jetzt? Bestes 17. Jahrhundert? Nee. Also, das ist jetzt lustig, weil der Mann im Vordergrund ist 17. Jahrhundert, die Frau im Hintergrund ist spätes 19. Jahrhundert, weißes Brautkleid. Genau, kommt viel, viel später. Also haben wir es mit einem Historismus gemeldet zu tun. Okay. Heirat mit zwölf Jahren. Hat denen mal gesagt, was heute auf der Welt so los ist? Wir wissen, dass das Mittelalter den Frauen nicht viele Rechte einräumte, vor allem, wenn es um Heirat ging. Kommt drauf an, womit man es vergleicht. Im Mittelalter heirateten viele Mädchen mit Beginn der Pubertät oder sogar früher. Ja, nee. Tatsächlich findet man es nicht. Also, wenn wir bei politischen Ehen haben, die sind oft echt cool. Auch zwölf Jahre gibt es durchaus, wobei wir dann auch Belege haben, dass die Ehe da nicht direkt vollzogen wird und solche Scherze. Aber wenn wir uns im bürgerlichen Bereich gucken, wo wir gute Quellen haben, bäuerlicher Bereich ist wieder schwieriger, bürgerlichen Quellen, da ist das gar nicht so häufig. Also so ganz junge heiraten sind gar nicht mal so häufig. Ein Beispiel ist Lady Margaret Beaufort, die Mutter des späteren Königs Heinrich VII., die mit Edmund Heinrichs des Siebten Tudor verheiratet war, als sie erst zwölf Jahre alt war. Mit 13 Jahren war sie bereits Witwe und schwanger. Ein anderes Beispiel ist Eleonore von Kastilien, die den englischen König Eduard I. Im Alten Könnt ihr eure KI nicht besser trainieren. Eduard I. Von etwa 13 oder 14 Jahren heiratete. Ja, aber das ist halt in der Vormoderne wirklich verbreitet. Und guckt euch heute bitte auf der Welt um. Wilde Tiere Könige gingen oft als Sport auf die Jagd, um zu zeigen, wie geschickt sie im Umgang mit Waffen waren. Ja, und auch einfach, weil es damals allgemeines Freizeitvergnügen war. Das ist gar nicht, also, wieso zeigen die Geschickt sie im Umgang, also, das ist so deren Sport. Bei diesen Jagdausflügen lief nicht immer alles nach Plan. Manchmal griffen wilde Tiere Hofmitglieder an und konnten sogar die Könige ernsthaft verletzen. Deshalb übernahmen in den meisten Fällen Soldaten die eigentliche Jagdarbeit. Was? Was? Die Könige gehen auf die Jagd und Soldaten leisten die Jagdarbeit. Und jetzt zeigt er ein Bild aus dem Buch der Jagd von René de Anjou einem Hochadligen, der seine Jagderfahrung da reinschreibt, ja. Und ihr zeigt die gegenteilige Quelle, weil der beschreibt sehr viel an Jagd und da ist nirgendwo von Soldaten, die die eigentliche Jagdarbeit erledigen. Übrigens ist das auch nicht der Job von Soldaten. Also, wenn, dann würde ich meine Hausjäger nehmen, die den eigenen Job erfüllen und nicht irgendwelche Soldaten. Vielleicht seid ihr da wieder so in die Neuzeit gerutscht, wo dann irgendwelche Leute mit Kanonen auf Tiere jagen, also die werden da hingetrieben und mag sein, da wird irgendwelche neuzeitlichen Kram verwechselt, aber im Mittelalter kann ich euch versichern, nein, die haben nicht die eigentliche Jagdarbeit von Soldaten verrichten lassen, weil das geht denen um die Jagd. Und übrigens, wenn du mal guckst, England, englische Königsfamilien so, Fuchsjagd, also die machen, oder Mohunjagd in Schottland, keine Ahnung, Jagd gehört da immer noch dazu, da hat sich nichts geändert, gar nichts. Während der König nur den finalen Schlag ausführte und damit den Titel des Jägers erlangte. Was für ein Quatsch, also gab es bestimmt auch, dass irgendwelche alternden Könige sich das Vergnüßung gemacht haben, aber wir haben ganz viele Beispiele von Königen, die höchstpersönlich gejagt haben, also auch wilde Dinge, Maximilian I., der irgendwie über Innsbruck in den Felsen Gämsen gejagt hat mit der Armbrust, gibt es wunderbare Belege und was war da jetzt der Grund, warum der König schlechter gelebt hat als ich heute, weil er auf die Jagd, also nehmen wir an, es wäre wahr gewesen, der Grund ist also, dass der auf inszenierte Jagden gehen konnte und ich nicht. Das ist der Grund, warum ich besser lebe als der König damals. Was? Warum? Sorgen beim Gebären Ohne wirksame Geburtenkontrolle wurden Frauen im Mittelalter häufig schwanger und die Sterblichkeitsrate bei Geburtenkontrolle Das hat mit der Geburtenkontrolle aber nur so zuteil zu tun. Das war ja auch durchaus gewollt. Wenn deine Kinder so eine knapp 50-prozentige Überlebenschance haben, dann machst du ein paar mehr davon. Burten war sehr hoch. Gelehrte schätzen, dass die Sterblichkeitsrate unter hochrangigen Müttern bis zu 15 oder 20 Prozent betragen konnte. Von den Kindern oder den Frauen? Und die Sterblichkeitsrate bei Geburten war sehr hoch. Gelehrte schätzen, dass die Sterblichkeitsrate unter hochrangigen Müttern bis zu 15 oder 20 Prozent betragen konnte. Also erstmal schön, dass er von Gelehrten spricht. Ich finde, man sollte Historiker immer wieder viel mehr als Gelehrte bezeichnen. Und was sind hochrangige Mütter und 15 bis 20 Prozent? Halte ich nicht für unrealistisch. Also die Chance, ein Kindbär zu sterben, war relativ hoch. Ja, aber wie gesagt, das ist wieder so ein Allgemeinplatz. Wunderbares Bild übrigens. Der Meister des Marienlebens, die Geburt Mariens. Ganz großartiges Bild, kannst du ganz, ganz viel über Frauenkleidung rauslesen. Es sind wirklich Quelle, die ich wahnsinnig gerne benutzen mit wundervollen Details. Also auch die Truhe mit den Leinentüchern, den gefalteten Leinentüchern und den Trippen davor. Ganz tolles Bild. Bei den Babys lag die Kindersterblichkeit bei etwa 8,5 bis 19 Prozent. 8,5 Prozent. Wo holt er denn was mit 8,5 Prozent raus? Und nein, die war deutlich höher. Also es gibt da Schätzungen, wirklich bis 50 Prozent Kindersterblichkeit. Also 50 Prozent der Kinder, die nicht das Erwachsene Alter. Erreichen. Diese Raten sind seit dem Mittelalter drastisch gesunken. Ja, nee, die sind seit moderner Medizin drastisch gesunken. Aber so in den 300 Jahren nach dem Mittelalter tut sich da erstmal ziemlich wenig. Okay, und die Grund als Königin, ja, die lasse ich gelten, aber warum ist das jetzt wieder ein Grund als König? Wissen ich nicht. Und jetzt sehe ich einen Abort. Hurra. Physiologische Bedürfnisse. Physiologische Bedürfnisse, das ist ja mal schön formuliert. Im Mittelalter, wenn die Könige und Königinnen mitten in der Nacht auf die Toilette mussten, mussten sie sich mit einem Nachttopf aus Keramik oder Holz begnügen. Und als Quelle dazu sehen wir ein viel späteres Bild. Genau. Der meist unter dem Bett stand. Diese Nachttöpfe wurden die ganze Nacht benutzt. Das da ist auch bestimmt kein mittelalterlicher Nachttopf. Und in manchen Fällen vom König und der Königin gemeinsam. Ja, auch schön, dass wir jetzt wieder dieses Dreck auf die Straße schütten haben. Ist ein beliebter Topos. Ist aber hier natürlich nicht Mittelalter, sondern viel, viel, viel später. Und auch meistens mit Narren oder Ähnlichem verbunden. Also das ist so aus dem Nachenschiff. Da haben wir es zum ersten Mal. Sagt überhaupt nichts über mittelalterliche Gepflogenheiten aus. Null. Und ja, natürlich haben die Nachttöpfe verwendet. Aber Entschuldigung, ich kenne heute noch Leute, die das tun. Gerade wenn sie unterwegs sind. Durchaus. Ist jetzt nicht so schrecklich. Kann man machen. Gibt man nicht von. Aber abgesehen davon, gerade bei Königen haben wir halt, anstatt des Nachttopfes auch gern den Stuhl. Also ein Toilettenstuhl. Da gibt es auch Quellen zu. Gibt es auch Abbildungen aus dem Spätenalter. Auch unterhalb von königlichen Haushalten haben wir auch zum Beispiel in bürgerlichen Haushalten. Ich kenne Quelle aus Nürnberg. Ende 15. Jahrhundert zeigt einen Toilettenstuhl. Also, dass der König sich da auf den Nachttopf aus Holz unter seinem Bett angewiesen war. Könnte knicken, Leute. Die Art und Weise, wie die Abfälle entsorgt wurden, war einfach. Die Diener kippten sie am Morgen aus dem Fenster. Die Bette ganz genau. An königlichen Burgen, Palästen, Pfalzen und ähnliches hat man das Zeug einfach aus dem Fenster gekippt. Genau so wird's gewesen sein. Esten Burgen waren mit Garderoben ausgestattet. Ah, jetzt kommt der Garderobenquatsch wieder. Also, hier haben wir die Aborterker. Mittelalterlichen Toiletten mit Stein- oder Holzsitzen und einem Loch, das die Abfälle in eine Grube leitete. Ja, aber es gibt doch heute noch so Toiletten. Also, bitte. Ich, also, auf irgendwelchen, ich kenne, ich kenne noch, 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 noch Veranstaltungsorte, da gibt's dann so, weil nichts anderes da ist, gekalkte Gruben, also, was, was verwundert die Leute daran immer? Und letztlich, unsere Toiletten sind doch genau dasselbe, ist ein Loch auf einer Keramikschüssel. Funktioniert dann auch genauso. Also, das ist wirklich so, weißt du, aus den Augen, aus dem Sinn, das ist da unten. Ich, ich kriege da weniger von meinem Stuhlgang mit, als auf einer monären Toilette. Wovon reden wir da gerade? Warum ist das irgendwie ein Problem? Also, ich bin ganz froh über Wasserklosett, versteht mich nicht falsch, aber, dass das die Leute immer so aufregt. Diese unhygienischen Toiletten mussten regelmäßig Okay, was ist an denen unhygienisch? Was ist an diesen Toiletten unhygienisch? Ich habe meterweise Abstand zu den Misthaufen unten drunter. regelmäßig geleert werden und es konnte vorkommen, dass jemand von einem giftigen Tier oder Nagetier überrascht wurde. Ja, erstmal haben wir in Europa unfassbar viele giftige Tiere, war ein Problem und stellt euch mal vor, dann so der mitteleuropäische Riesenskorpion klettert den Kanal da hoch. Also, Holzverkleidung war tatsächlich relativ üblich, nicht immer, aber häufig ganz, ganz bestimmt. Aber sie gehört auch ständig so durchs Wasser klärt, seit die Ratte durchkommt. Wer denkt sich so einen Quatsch aus? Da sind wir wieder bei Bräugel. Die niederländischen Sprichwörter, die machen mich fertig. bequemer königlicher Wohnsitz. Und bequemer königlicher Wohnsitz. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich wette, dass euer Sofa oder Bett bequemer ist als ein mittelalterliches Schloss. Wette ich dagegen, weil ich schlafe ab und zu in mittelalterlich aufgebauten Betten. Also, Seilbett, gut gefüllter Strohsack, Laken darüber, Wolldecke, Leinendecke, Kissen. Nee, das ist nicht so schlimm. Also, wenn ich unterwegs bin, schlafe ich ziemlich genau so und das ist gar nicht unbequem. Sofa würde ich wahrscheinlich vermissen, aber man kann auch auf Stühlen leben. Tatsächlich, es funktioniert. Die Könige zogen das ganze Jahr über von Palast zu Palast oder Burgen. Ja, das kommt drauf an. natürlich haben wir das Reisekönig, du. Und die reisen, da kommt der Name, aber gerade je weiter wir im Mittelalter sind, umso weniger haben wir das, umso orts stabiler, würde ich sagen, sind die. Und warum wir jetzt hier ein schottisches Schloss gezeigt bekommen, weiß wieder keiner. Das Leben in einer Burg war nicht immer luxuriös. Die meist aus Stein gebauten Burgen waren oft feucht und übelriechend. Also, im Vergleich zu einem modernen Gebäude, ja, aber übelriechend weiß ich nicht, warum. Es gab bestimmt auch schlecht gebaute Burgen, aber so grundsätzlich, wenn ich mir die Burgen, die ich so kenne, anschaue und mir die in einen mittelalterlichen Zustand zurückversetze, nee, so unbequem finde ich die gar nicht. Und das, was er da gerade zeigt, ist halt nicht die Optik einer mittelalterlichen Königsburg. Also, vielleicht der Küche, ganz eventuell, aber was für ein Quatsch. Also, wir reden von Bandmalereien, wir reden von Steinböden, wir reden von, also Steinböden auf Holz, also nicht irgendwie einfach roher Stein, sondern bewusste Steinböden, wir reden von Tapeserien an den Wänden, alles mögliche. Und dann erzählte ich mir, dass die Burgen alle so schrecklich waren, was für ein Unsinn. Weil das aber noch ausbaufähig ist, gibt es dann eben auch so Dinge, dass man anfängt, in Burgen auch Holzstuben einzubauen, also wirklich so komplette Verschalungen, dass man so langsam die Idee eines Schlosses anfängt, dass man die Könige sich bequemere Wohnsitze bauen, aber so ganz grundsätzlich, also ich meine, ich wohne bequem, aber so, ich lebe ja auch ab und zu eine Woche lang oder so im Zelt mit sehr mittelalterlichen Dingen. Natürlich habe ich Luxus, den die nicht haben, mit dem ich irgendwie die Kühlbox hinter dem Vorhang habe und mein Handy auch nebenbei aufladen kann, aber so ganz unbequem finde ich das gar nicht. Deswegen mache ich es ab und an. Im Winter waren sie kalt und dunkel, konnten die Wärme kaum speichern und waren durchfeuchtet. Warum? Warum waren die durchfeuchtet? Um die Burg zu isolieren, hängte man Wandteppiche auf. Wer sagt das? Und guckt mal diese schönen Kamin, wenn man den anmacht, wird es richtig gemütlich. Stellt euch diesen Raum mal ordentlich verputzt vor, dann ist das eine ganz angenehme Sache. Doch das löste das Problem nicht vollständig. Da sieht man übrigens die Putzreste, von denen ich gerade gesprochen habe. Also danke für die Quelle, ich bin euch sehr verbunden. Also, nachdem ihr das Video gesehen habt, möchte noch jemand als König oder Königin im Mittelalter leben. Also ich möchte gar nicht im Mittelalter leben. Ich möchte auch nicht König sein. Aber die Gründe, warum das Leben der Könige im Mittelalter so viel schlechter ist als meins, die habe ich jetzt nicht gefunden. Ihr habt eine Menge Quatsch erzählt, ihr habt es mit einer Menge Quatsch unterlegt, aber die Gründe, das sind komisches Ding. Also mir würden Gründe einfallen. Ich könnte auch ein Video machen, acht Gründe, warum mein Leben besser ist als das eines Königs im Mittelalter. Ich würde mit meinem Zahnarzt anfangen. Aber eure Gründe sind so ein bisschen Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Lage für die Herrscher verbessert. Aber im Mittelalter war es ziemlich kompliziert, wenn nicht sogar sehr kompliziert. Im Mittelalter war es kompliziert, wenn nicht sogar sehr kompliziert. Das ist eine schlechte Doku, wenn nicht sogar eine sehr schlechte Doku. Diese Texte machen mich fertig. Oder was meint ihr? Ich würde gerne eure Meinung hören. Nein, Quatsch. Abmoderation sparen bei uns. Du kriegst meine Meinung nicht. Wir gehen zum nächsten Video und zwar von SimpleClub. Die erklären Dinge einfach. Werden auch für Schüler empfohlen und so. Und da geht es um den Beginn des Mittelalters. Ich bin schon verwirrt, weil das Bild, das ich sehe, hat mit dem Beginn des Mittelalters so gar nichts zu tun. Aber wir gucken einfach mal rein. Die machen auch seit längerem nichts mehr. Die sind irgendwie seit zwei Jahren inaktiv, waren aber mal eine Zeit lang ganz groß, haben ganz viel gemacht. Und wir schauen mal. Aber immerhin ist es eine historische Bildquelle. das ist schon mal ein guter Anfang. Das mag ich. Aber gucken wir, wie es so wird. Moin zusammen. Heute geht es um das Mittelalter. Moin zusammen. Es kommt sehr norddeutsch rüber. Wir schauen uns an, was das Mittelalter eigentlich ist und wie der ganze Quatsch angefangen hat. Interessiert mich sehr. Würde ich gerne mal wissen. Ist ein geiles Thema. Viel Spaß. Ist ein geiles Thema. Viel Spaß. Ich kann von denen, was Moderation angeht, echt noch was lernen. Das Mittelalter ist in Europa die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit. Es geht von 500 bis 1500. Das lässt sich noch mal unterteilen in das Frühmittelalter von 500 bis 900, das Hochmittelalter von 900 bis 1250, das Spätmittelalter von 1250 bis 1500. Also der Übergang ins Hochmittelalter wird ja auch gerne mit der Schlacht von Hastings gleichgesetzt und so. Da kann man jetzt natürlich trefflich streiten. Aber im Großen und Ganzen alles, was sie gesagt haben, ist so. Das Mittelalter ist die Epoche zwischen der Antike und der Neuzeit, die Teilzeitalter. Das ist alles richtig. Das Mittelalter ist vor allem geprägt von der christlichen Religion und der christlichen Kirche. Hat der Kirche gesagt? Ja, ist korrekt. Und weil man könnte jetzt differenzieren, weil Teile des Mittelalters, frühen Mittelalters eben noch gar nicht so christlich sind in manchen Regionen. Aber die christliche Religion hat halt, ich würde es Kirche rausnehmen, weil da ist wieder die Organisation, also der christliche Glaube ist natürlich sehr, sehr prägend für das Mittelalter. Dass ihr da jetzt einen sehr modern gekleideten Pfarrer hingestellt habt, ach, was soll's. Denken und Handeln sind vor allem auf Gott und das Jenseits ausgerichtet. Ja, im Ideal schon. In der Realität würde ich das schon wieder bestreiten, weil die schon auf ihr Leben geguckt haben. Gesellschaftlich hat der Adel das Sagen. Gesellschaftlich hat der Adel das Sagen. Der Adel besitzt den Grund und Boden und herrscht einfach nur, weil er halt adelig geboren wurde. Das stimmt so ab dem Hochmittelalter. Bis ins Hochmittelalter stimmt das aber gar nicht. Also fast die Hälfte des Mittelalters gibt es gar keinen Adel, wie man sich das so vorstellt. Ich habe da ein Video vor einiger Zeit so gemacht und da gibt es tatsächlich so, also bis der Adel sich wirklich herausgebildet hat. Dauert eine ganze Zeit. Vor dem Mittelalter gab's ja das Römische Reich, also die Römer. Die Römer gehören noch zur Antike. Mit dem Ende der Römer endet die Antike und das Mittelalter geht los. Jetzt kommen wir zum Ende des Römischen Reichs. Da können wir wirklich streiten, wann endet das Römische Reich. Manche sagen 1453. Jetzt schauen wir uns an, wie es zum Übergang von den Römern zum Mittelalter kam. Jetzt kommt der Untergang des Römischen Reiches. Ich weiß es. Das Mittelalter ist auch gerade dadurch ausgezeichnet, dass das Römische Reich geendet hat. Zunächst haben wir die Römer. Dann werden die Römer christlich, weil das Christentum zur Staatsreligion erklärt wird. Auf dem Plan stehen noch die Germanen. Das sind Heiden von der Religion her. Das sind Heiden von der Religion her. Das ist eine schöne Erklärung. Aber sie nennen sich ja Simpel Club. An allen von denen könnten wir jetzt rummäkeln, weil das alles halt vereinfacht ist. Aber es ist der Simpel Club. Aber Germanen ist auch so ein Ding. Germanen ist ein Begriff, der mittlerweile schwer diskutiert wird, weil sich da so ein homogenes Volk darunter vorstellen. Sehr, sehr schwierig. Die wandern in das Römische Gebiet ein. Okay, da wird es dann ein bisschen Quatsch, weil da gibt es durchaus Bewegung. Aber jetzt wandern ins Römische Gebiet ein. Sie werden zum Teil Vasallen der Römer. Zum Teil rufen die Römer sie, weil sie für ihre Armeen brauchen. Also das ist ein echt komplexes Thema. Ich habe mal ein Video mit Histophoklus dazu gemacht. Und dann waren wir irgendwann bei dem Punkt, dass in den Gotischen Kriegen die Goten Rom gegen die Oströmer verteidigt haben. Also das ist im Selbstverständnis eine lustige Sache, weil gerade in der Spätantike viele von diesen Germanen dann irgendwann plötzlich gar keine Germanen mehr sind, sondern Römer. Im Selbstverständnis. Also das ist wirklich ein komplexes Thema. Das westliche Römische Reich zerfällt. Es geht kaputt. Finito. Dann verschmelzen die Germanen und die christlichen Römer. Weiß. Was? Moment. Wie? Und wo? Vor allem wo? Diese Verschmelzung. Natürlich gibt es da Verschmelzungsprozesse, aber so pauschal sagen, die verschmelzen jetzt zu einem. Nee. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt, weil so zum Beispiel die Franken waren bestimmt keine verschmolzenen Germanen Römer. Und zack, fertig. Wir haben den Mittelalter Menschen. Okay. Was? Nein. 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 Die Kultur ist also römisch, christlich und germanisch geprägt. Oh, also germanisch geprägt? Ja, im Sinne von, wir haben noch Stammesstrukturen teilweise. Im Recht gibt es da Vorstellungen, aber man muss ja gucken, wo ist da noch die germanische Prägung? Also, hm, christlich geprägt? Ja. Römisch zum guten Teil, auch über das Christliche. Germanisch stellenweise stark, stellenweise nicht stark. Das zeichnet das Mittelalter auch aus. Also merkt euch, wie der Übergang stattgefunden hat. Verschmelzung von christlichen Römern plus Germanen. Was? Noch eine geile Sache, die ihr eurem Lehrer um die Ohren hauen könnt. Durch den Islam werden Europa und die islamische Welt geteilt. Nee, die werden geteilt. Und im Islam gibt es ja gar keine islamische Welt. Der Islam lehnt das Christentum und auch die römische Kultur ab. Das Christentum, naja, sie sind halt anderer Meinung. Und die römische Kultur, die, zeitlich ist da halt auch ein bisschen was raus. Also da gibt es so römische Nachfolgeregionen, wo sie dann einfallen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwo die Muslime gesagt haben, nee, ich freue mich, mögen wir nicht. Ah, tu weg. Dadurch entsteht südlich des Mittelmeers eine ganz eigenständige Welt. Seht ihr da diesen grünen Fleck nördlich des Mittelmeers? Großartig. Ja, also, natürlich unterscheidet sich die islamische Welt schon, aber eine völlig eigenständige Welt, das klingt jetzt komisch. Auch Europa wird im Mittelalter also eine ganz eigene Welt politisch und kulturell gesehen. Vor dem Mittelalter war das politisch und kulturell viel mehr durchgemischt. Also klar, das römische Reich mit seiner Größe hat natürlich, oder eigentlich hat es eben nicht durchgemischt, eigentlich hat es sogar so ein bisschen eingelevelt, aber, äh, es gibt ja keine mittelalterliche Gesamtkultur. Also, wir haben ja gerade ein riesiges Gebiet gesehen, also Osteuropa, Balkan, äh, britische Inseln, Skandinavien, das sind ja alles einzelne Dinge. Es gibt ja nicht die mittelalterliche Kultur. Jetzt zeigen wir euch noch, wie das Frankenreich entstanden ist. Ah, ich bin gespannt, weil die Franken, wo kommen die jetzt her? Durch mich, aus Römern und Germanen? Das erste Großreich, das nach den Römern kam, war das sogenannte Frankenreich. Mit dem geht das Frühmittelalter richtig los. Das Frankenreich zeigt auch nochmal, wie der Übergang von den Römern zum Mittelalter stattfand. Außerdem ist das Frankenreich ein krasser Ausgangspunkt für das ganze Mittelalter. Ich wusste immer, das Frankenreich ist ein krasser Ausgangspunkt. Also ich kann bei denen noch ein bisschen was lernen, so was, was, was Sprechen angeht. Ich sollte es auch ein bisschen mehr machen. Erstmal so dieses Knurrige in die Demo und dann mehr krasse Ausgangspunkte. Für ganz Europa. Die Franken siedeln um 480 im Gebiet des heutigen Belgiens. Ich bin jetzt verwirrt. Sind das Römer, Germanen oder römisch-germanisch-gemichte? Ich frage für einen Freund. Die Franken sind einer der ganz großen germanischen Stäppe. Regiert werden die Franken von mehreren Fürsten und Königen nebeneinander. Der Frieden 480, wir sind kurz vor dem Mittelalter. Also, da fehlt nicht mehr viel. Denkische König Clodwig holt sich dann gewaltsam die Herrschaft über den kompletten Stamm. Wie das damals halt so Leute gemacht haben, tatsächlich. Dann dehnt Clodwig die Herrschaft über ganz Gallien aus. Dabei erobert er auch ein römisches Teilreich. Und da kommt jetzt die Vermischung, oder? Das war ein letzter Rest des westlichen römischen Reiches, der sich bis dahin über Wasser gehalten hat. Ich dachte, finito. Was habt ihr vor zwei Minuten Video gesagt? Westliches Reich kaputt, finito. Jetzt gibt's ja doch noch Nachfolgerregionen. Okay. Am Ende der Eroberungen hat Clodwig ein großes fränkisches Reich geschaffen. Nach heutigen Verhältnissen war das Gebiet quasi ganz Frankreich und auch der Südwesten von Deutschland. Auch da, ich sehe doch gerade auf eurem Bild, dass es nicht ganz Frankreich ist. Warum? Und übrigens, liebe Belgier und liebe Niederländer, es tut mir leid, ist man euch gerade komplett außer Acht gelassen. Luxemburger noch dazu. Auch ihr habt natürlich zum Frankenreich gehört. Gern geschehen. Jetzt macht König Clodwig was Gutes. Er zerstört die römische Infrastruktur nicht, sondern knüpft vielmehr daran an. Welche römische Infrastruktur? Da ist finito. Außerdem vermischen sich die fränkischen Eroberer mit den einheimischen gallischen Römern. Gallische Römer. Also haben es die Römer erst mit den Galliern vermischt und dann die mit den Germanen. Ich habe den Faden verloren. Also der zweite Teil dieses Videos widersprecht in quasi allem dem ersten Teil. Das allerwichtigste ist aber folgendes. König Clodwig lässt sich 498 christlich taufen. Riesending. Dadurch hat er den religiösen Gegensatz zwischen den heidnischen Franken und den katholischen Römern beseitigt. Erstmal die Römer hätten sie nicht als katholisch bezeichnet, sondern einfach als Christen. Da sind wir noch weit vor dem ersten Schisma. Und nur weil der sich jetzt taufen lässt, ist der Gegensatz beseitigt. Kühner Gedanke. Clodwig sichert somit dauerhaft seine Herrschaft. Außerdem unterstützt ihn von da an die katholische Kirche. Ja, aber die gibt's halt in der Form noch gar nicht. Also es gibt schon so einen Papst, der darum ringt, wichtig zu sein. Es gibt andere Stimmen, die sagen, nicht so wichtig bist du gar nicht. Also er hat sich garantiert die Unterstützung der lokalen Kirchenteile gesichert. Der Bischöfe, der Klöster. Also er hat sich da Leute gesichert. Aber die katholische Kirche in Großbuchstaben, die gibt's in der Form, wie man sich das so lustig vorstellt, noch gar nicht. Deswegen kann das Frankenreich bestehen bleiben. Ach, weil er die Kirche auf seiner Seite hat, kann das Frankenreich bestehen bleiben. Wenn nicht, hätten sie es verboten. Oder was? Aus kann das Europa des Mittelalters dann richtig loslegen. Jetzt wüsst ihr auch, wie der Laden losging. Also merken, Frankenreich als erstes Großreich nach den Römern. Nein, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt eine Menge darüber gelernt, wie die Römer nach dem Untergang des Römischen Reiches oder vielleicht doch nicht Untergang, weil es gibt noch eine Infrastruktur, sich mit den Germanen vermischt haben. Das habe ich gelernt. Und sonst? Dabei habt ihr auch ganz anschaulich gesehen, wie sich die germanischen Franken mit den christlichen Römern vermischt haben. Aber es waren doch gallische römische Vermischungen. Ich verstehe es nicht. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Das Mittelalter ist die Epoche 500 bis 1500. Eingeteilt wird es in Frühmittelalter 500 bis 900, Hochmittelalter 900 bis 1250 und Spätmittelalter 1250 bis 1500. Vor dem Mittelalter war das Römische Reich am Start. In dem das westliche Römische Reich zerfällt, geht das Mittelalter los. Es vermischen sich Christentum, römische Kultur Frage, ob es vorher eine Verbindung hat. Wenn wir von Rom als Stadt ausgehen, gehen wir von nördlich der Alpen aus. Das Frankenreich zum Beispiel, die hatten auch vorher keinen Kontakt zur islamischen Welt. Woher denn? Das erste Großreich im Mittelalter ist das Frankenreich. Es entsteht durch Eroberungen von König Clodwig um etwa 500. Durch die christliche Taufe Clodwigs bleibt das Frankenreich bestehen. Verstehe ich nicht so ganz. Also er hat natürlich Unterstützung gesichert und alles, aber das ist halt jetzt Spekulation, ob es ohne die Taufe untergegangen wäre. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann kommt jetzt auf thesimpleclub.de. Ansonsten haut rein, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video und bis gleich. Okay, lustigerweise die Untertitel haben sich deutlich unterschieden, war mal interessant, okay. Kraft fürs nächste Video. Terra Terra X erklärt, also Terra X Plain heißt das Ganze, ist Anfang des Jahres erschienen, ist super kurz und es geht um Kleiderordnung. Kleiderordnung ist ein interessantes Thema, kann man ganz viel zu erzählen. Ich sehe hier schon, das sind Bildquellen, ich glaube, das ist aus dem Codex Beharm, aus Krakau, der ist aber 16. Jahrhundert. Bin ich mir sehr sicher, dass es daraus ist. Also gute Bildquelle, macht das Buch gerne, aber so als Mittelalter, da hätte es bessere Schneider-Darstellung im Mittelalter gegeben, als ausgerechnet die. Wer sich wie zu kleiden hatte, war im Mittelalter vorgeschrieben. Als Pauschalaussage falsch. Wir haben im Mittelalter Kleiderordnung und zwar aus zwei Richtungen. Es gibt einmal die Reichskleiderordnung, also die, in der versucht sich der Adel von den Bürgern abzugrenzen, weil ihr nicht Adel, ihr dürft nicht alles tragen, was ihr wollt. Und dann gibt es die städtischen Kleiderordnungen, bei denen die Bürger versuchen von den Bauern abzugrenzen. Und da gibt es auch, es gibt auch immer wieder Sachen, also auch Aussagen, was wer tragen darf. Aber all diese Kleiderordnungen haben eins gemeinsam, sie scheinen nicht so wahnsinnig viel Impact gehabt zu haben. Also in den Städten haben wir dann die Strafzahlungen, die einfach geleistet wurden, so ja, ich trage halt, was ich mag und zahle die Strafe, ich kann es mehr leisten. Und auch sonst gibt es immer wieder Klagen und die sind auch, die findet man immer wieder, immer wieder Verordnungen im Kleinen, aber keine Gesamtreichskleiderordnung für das Mittelalter. Unfug. Oberste Regel, anständig sollte jeder aussehen, also dem eigenen Stand angemessen. Na ja, erstmal geht es darum, wir reden von einer christlichen Gesellschaft und Moral, züchtig gekleidet ist ein Ding, fragen Sie mal, was ist züchtig gekleidet? Und da ändert sich enorm viel. Also der hochmittelalterliche Adlige, der sieht für uns fast schon feminin aus, weil er weite, kleiderartige, wirklich so Kleid bis zum Boden trägt zum Teil, hüpfst, bestickt und alles. Also Mode im Mittelalter ist eine unfassbar wandungsfähige Angelegenheit und unter dem Begriff im Mittelalter, da hat er schon wieder hart daneben, weil er redet gerade komplett vom Späten Mittelalter. Gut, das kann man mir auch manchmal in meinen Videos vorwerfen, aber ich sage es dann eher noch dazu. Also Kleiderordnung waren wirklich gerne eine Negativliste. Und jetzt kommt es zu spitzenden Schuhen? Schnabelschuhe beispielsweise, die waren dem Adel vorbehalten. Äh, nein, nein, also wo sie recht haben, es gibt in den Kleiderordnungen immer wieder Verbote von Schnabelschuhen. Bei Frauen war alles offenherzige und figurbetonte verpönt. Äh, offenherzig, ja, wobei die Frage ist, ist das offenherzig? Figurbetont, wir haben sehr figurbetonte Kleidung, also wirklich figurbetont. Und das, was wir hier sehen, ist auch schon wieder, wenn es überhaupt Mittelalter ist, dann ist es extrem spät Mittelalter, so 14, 90er. Ich würde eher auf frühes 16. Jahrhundert tippen. und ja, mit dem Kleid deutlich 60. Jahrhundert und die Aussage, dass es keine figurbetonte Kleidung gab, äh, haben wir nicht eben das Höllenfensterkleid gesehen? Also hier, entschuldigen, ich habe gerade 10 Sekunden zurückgesprungen, wenn das keine figurbetonte Kleidung ist, was denn dann? Was wollt ihr denn noch? Bikini? Juden wurden in fast ganz Europa verpflichtet, einen gelben spitzen Hut zu tragen. Ja, nee, 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 die Pflicht war tatsächlich nicht der gelbe spitze Hut, der wird zwar als typisch jüdische Tracht angesehen, was die Juden in ihren eigenen Quellen anders sehen, aber, ähm, die häufigste Art der Kennzeichnung ist der gelbe Ring und auch der, wenn wir über das Mittelalter reden, kommt der auch relativ spät. Und das hier wird als Tracht gesehen, das ist ganz, also es gibt teilweise die Verpflichtung, aber die ist eher selten. Der Ring oder ähnliche Kennzeichnung, es gibt verschiedene Kennzeichnungen da immer wieder, aber man kann tatsächlich sagen, ab dem Hochmittelalter gibt's Kleidungsvorschriften für Juden, ab dem Spätmittelalter sind sie allgemein üblich und, ähm, haben auch oft was eben mit der Farbe Gelb zu tun, aber tatsächlich der gelbe Hut, eine unverholene Stigmatisierung. Jo. Der Bauer indes trug Tag ein, Tag aus dasselbe Gewand. Ne, ne, Bauer ist wieder so eine Zusammenfassung, ihr werft gerade 90% der Bevölkerung in, auf einen Haufen, ähm, da können auch Wohlhabende sein, jetzt habt ihr hier ein Bild aus dem Trilrich-Öre, das Stumpenbuch des Duc de Berri, und da zeigt er natürlich eins der Bilder, wo man einen zerlumpten Bauern sieht, es sind im selben Buch auch Bilder von ganz unzerlumpten Bauern, aber es muss jetzt das sein, natürlich, es stellt dann einen arbeitenden Menschen dar und ich gucke mal ganz nebenbei, der trägt immer einen Blau, also, ähm, aber die Vorstände ist, die den ganzen Tag immer dasselbe getragen haben, das ist halt eine völlige Versimplifizierung, also die, die Idee von dem armen Bauern, der nur das hat, was er am Leib trägt, wer einen Hof hat, ist Oberschicht im Dorf, der ist nicht Unterschicht, das sind ja Knechte und ähnliches, ähm, aber so ist das Mittelalter halt nicht, weil die Leute, es ist ja keine, also, es ist die Idee des Mittelalters als kollektiver Katastrophe, in der die Zivilisation Pause macht, ist es halt nicht, außer man heißt Terra X und zeigt solche Bilder dann halt schon. Kittel, Hose, Bundschuh, die immer wieder geflickt wurden. Ja, natürlich werden die geflickt, logisch, aber sie werden halt gut geflickt, weil die Leute können das ja, was sie tun. Das war's schon. Oh, wow. Krass, was man so alles für einen Unfug in so kurzen Zeit bekommt. Also, das war so keine Aussage, wo ich nicht widerspreche und eigentlich auch keine Aussage, die wirklich gut war. Es wäre besser gewesen, wenn man sagt, sie hat Kleiderordnungen, vor allen Dingen im Spätmittelalter, als Abgrenzung zwischen den Ständen, hätten wir was draus machen können. Okay. Nicht gut. Dann habe ich noch ein bisschen TikTok, für euch. Wollen wir TikTok? Ist ja nicht mehr lang. Ihr seid auf der Zielgeraden, aber jetzt wird es natürlich ganz schlimm. Wie heißt das dumme, komische Ding? Hat keinen Titel. Okay. Gucken wir rein. Im Mittelalter gab es einen ungewöhnlichen Beruf, der die Aufgabe hatte, den König zur Toilette zu begleiten und sich um seine intimsten Bedürfnisse zu tun. Warum können die die Umlaute nicht in dick machen? Nicht mal das kriegen sie hin. Und alle Bilder, die wir sehen, sind alle KI und haben nichts mit dem Mittelalter zu tun. Warum wird jetzt hier das linke Bein von diesem König eingekreist? Was verstehe ich gerade nicht? Also wir haben jetzt einen Diener, den sie mit auf die Toilette nehmen. Okay, soweit so. Hm. Aber warum dieser rote Kringel um das Band? ...meine intimsten Bedürfnisse zu kümmern. Ist sein Oberschenkel sein intimstes Bedürfnis? Vor als Frage. Der Angestellte betrat nicht nur die Toilette. Dieses Waschbecken. KI macht mich immer wieder fertig. Was für ein Unsinn. Sondern musste auch die intimen Teile des Königs reinigen. Einschließlich des Schmückers. Was ist ein Schmücker? Gibt es da Wörter, die ich nicht kenne? Was ist ein Schmücker? Ist das irgendeine ungelenke Englischübersetzung, die ich gerade nicht verstehe? Mause, Blätter und wenn nötig die eigene Hand wurden verwendet, um... Was sind Mauseblätter? So, ich, ich, im Ernst. die hat mich gerade völlig verloren. ...diese mühsame Aufgabe zu erledigen. Er bereitete duftende Handtücher vor und brachte sogar entspannende Musiker. KI, mach mir ein Bild von zwei Königen, die lautet spielen auf der Toilette sitzen. Wie entstehen solche Bilder? Alter. Ist unfassbar. Musik für die Thronzeit mit. Für die Thronzeit. Sie reden über Könige und nennen die Zeit auf der Toilette Thronzeit. Unfassbar gut. Ich liebe die Dinger. Nee, bei denen ist Thronzeit wirklich... Ach, egal. Die Auswahl für diese Position war streng. Um diese Funktion auszusehen... Ich weiß, wovon die reden. Ich weiß, womit die es gerade haben. Ach, du Schander, das ist der Groom of the Stuhl. ...zuführen trug der Groom of the Stuhl... Guckt's euch an. Der Groom of the Stuhl. Also, ich bin hier für schlechte Aussprache zuständig, nicht ihr Groom of the Stuhl. Stuhl, spezielle Kleidung aus feinen und strapazierfähigen Stoffen. Also, der Groom of the Stuhl im Englischen ist ein hoher Hofbeamter. Das waren zum Teil Hochadlige. Der trägt sicherlich Kleidung aus feinen Stoffen, aber aus strapazierfähigen. Was muss der da noch tun? Und musste sich die Hände mit duftendem Wasser waschen. Er muss sich die Hände mit duftendem Wasser waschen. Der arme Mensch. Ich fühle Mitleid mit ihm. Wie schrecklich. Um sie für den Einsatz vorzubereiten. Den Einsatz. Was sehe ich da? Was kommt jetzt? Schon wieder zwei Könige auf dem modernen... Kommt da jetzt der Einlauf? Ich frage. Der Regel wurden hochvertrauenswürdige Adlige ausgewählt. Sie verdienten sehr gut, erhielten Reichtümer, Land und eine herausragende Position am Hof. Ja, der Groom of the Stuhl ist eine herausragende Position am Hof. Ganz genau. Hat mit dem Mittelalter übrigens gar nichts zu tun. Also wirklich nicht mal im Hoch hat das irgendwas mit dem Mittelalter zu tun. Würden Sie an diesem Job interessiert sein? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar. Nein, nein, tue ich nicht. Tue ich nicht. Also, womit Sie natürlich den Ekelfaktor machen wollen, man muss den Hintern seitens Königs dann reinigen. Sie reden ja sogar von Händen. Das war nicht Aufgabe des Groom of the Stuhl. Der Groom of the Stuhl ist eine Art Kammerherr, der so nah am König ist, ist er auch für die Toilette und ähnliches zuständig. Irgendwie, man muss das machen. Also, wenn man Diener hat, kenne ich mich nicht aus, habe ich nicht. Aber dieser Ekelfaktor, liebe Leute, ich habe Zivildienst gemacht. Ich habe weitaus Schlimmeres getan. Jeder Pfleger heutzutage, das ist normal. Wenn ich eine, also, kommt natürlich auf die Art an, wenn du zum Beispiel einen Rollifahrer hast, den du aufs Klo begleiten musst, glaub mir, das ist das Harmlose. Hintern abputzen ist das völlig Harmlose. Und entschuldigen, das ist Lebensrealität für viele Leute in der Pflege. Was hat denn hier für ein Weltbild? Oh, wie schrecklich, im Mittelalter mussten Leute den König aufs Klo begleiten und dann Hand anlegen. Da draußen gibt es Leute, die machen das jeden Tag, verdammt. Und zwar mit euren Angehörigen. Manchmal ist diese Dinge, die man im Mittelalter vorwirft, völlig Augenklappen, was in der Welt tatsächlich vor sich geht. Was für manche Leute normal ist. Also, liebe Leute, Zuschauer da, die in der Pflege arbeiten, mein großer Respekt. Ich habe ein bisschen Zivildienst gemacht, ich habe an der Oberfläche gekratzt, was ihr macht, ist eine ganz andere Liga. Und solche Videos finde ich echt beleidigend. Entschuldigung, ich sage es wie es ist, beleidigend. Der Groom of the Stuhl, wie gesagt, ist ein Beamter am Hof. Ganz spät, im Späten Leidiger taucht der auf. Ich glaube, der taucht während der Rosenkriege auf, da findet man den. Und die Tudors sind dann ganz bekannt, dass sie einen Groom of the Stuhl haben. Das kommt natürlich vom Toilettenstuhl. Ganz klar hatten wir vorhin ja beim anderen Thema schon mal, es gab Toilettenstühle, Könige gehen auf den Toilettenstuhl und irgendjemand kümmern sich darum. Der Groom of Stuhl hat den Mist nicht weggemacht. Dafür gab es dann Niederriller keinen. Weil das sind wirklich Adelige. Das sind am Anfang gerne so Gentry, Niederadelige, später werden es wirklich Adelige, da hast du noch ein paar Dukes und ähnliches drunter. Den Job zu haben heißt, du bist so mit dem König. Du bist ganz eng an ihm dran, du bist innerster Kreis. Dann hat er dir den Titel eines Crew of the Stuhl gegeben und lustigerweise, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Titel aufgegeben. Bis dahin gibt es ihn immer und der wird irgendwann so eine Art königlicher Schatzverwalter. Also das ist der, der sich um die private Kasse des Königs kümmert. Ja, ich würde den Titel eines Crew of the Stuhl nehmen, wenn einer vakant wäre. Zählt mich dazu? Kein Thema. Weil wie gesagt, es gibt Leute, die machen den Job für erheblich weniger Geld. So wurde im Mittelalter der Verrat der Oh, was für eine Stimme. Glimm. Also ich entschuldige mich jetzt schon für die wirklich schreckliche Stimme. Die schlägt alles, was wir bisher haben. Die ist wirklich grausam. Das habe ich genommen, weil ich weiß ungefähr, worum es geht und es ist ein Topos, der immer wieder kommt. Ihr seht schon schlimmste KI-Bilder. Ganz schlimm, die kriegen nicht mal Augen hin. Ne, der hat auch tatsächlich an der linken Hand einen Finger zu viel. Seht ihr das? Also KI vom Allerschlechtesten. Und lasst Lasst euch überraschen, die Geschichte ist wirklich absurd. So wurde im Mittelalter der Verrat der Männer vermieden. Es gab eine französische Stadt im Mittelalter, wo sie Namen genannt hätten, dann wäre ich so ein Hauch mehr geneigt, irgendwas zu glauben. Aber da sie keine Namen nennen, ist das halt. Es gab im Mittelalter eine französische Stadt, wo verheiratete Frauen ihren Männern das Messer an die Kehle gehalten haben. Was sehe ich da? Und warum sehe ich zwei KI-Bilder? Unten ist ein Gullideckel, ein mittelalterlicher handgeschmiedeter Gullideckel. Was für ein Quatsch! Aber die Story, die ist gut. Wo verheiratete Frauen eine ziemlich eigenartige Gewohnheit hatten. Morgens fügten sie dem Frühstückscafé Der mittelaltliche Frühstückscafé. Wir wissen alle, im Mittelalter haben die Männer ihren Frühstückscafé getrunken. Das muss man doch merken. Und die Frauen haben dem was hinzugefügt. Den sie für ihre Ehemänner zubereiteten, eine kleine Menge Gift hinzuspägt. Ja klar, eine kleine Menge Gift. Was soll schief gehen? Hier Mann, hast du ein bisschen Gift. Wenn die Männer abends nach Hause zurückkehrten, erhielten sie das Gegenmittel, um die Wirkung des Giftes neutralisieren. Auf diese Weise zu neutralisieren, liebe KI-Stimme. Aber genau so funktionieren Gifte nicht. Es gibt keine Gifte, die ich einem Mann morgens gebe und abends gebe ich ihm das Gegengift. Was für ein unfassbarer Quatsch. Also, liebe Menschen da draußen mit pharmakologischen Grundwissen korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ... ... Also ein Gift, das den ganzen Tag über keine Symptome hervorruft, aber dann. Wow. Wow. In Ehemännern. Diese eigenartige Praxis hatte einen spezifischen Grund. Falls die Ehemänner für längere Zeit nicht zu Hause waren und es zu Verzögerungen bei der Verabreichung des Gegenmittels kam, begannen sie Symptome wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Schmerzen und Atembeschwerden zu zeigen. Wie super! Also es geht natürlich darum, dass die Männer nicht fremd gehen sollen, das ist die Story, die kenne ich. Ja, aber jetzt ist ja, ich bin nicht nach Hause gekommen, war auf dem Feld, mussten dem Nachbarn noch was abholen, ja, ich sterbe fast. Was? Ja, ja, das erzählen die euch gerade ernsthaft als Geschichte. Die wollen euch ernsthaft diese Geschichte aufzeichnen. Die habe ich auch schon in anderen Quellen gehört, gibt natürlich keinerlei Belege dazu, weil sie ist von vorne bis hinten großer Humbug, aber der Frühstückskaffee war immer neu, den kannte ich in der Form noch nicht. Dies war eine ziemlich effektive Methode, um sicherzustellen, dass sie jede Nacht nach Hause zurückkehrten, um zu verhindern, dass sie sich in den mittelalterlichen Kneipen verirrten. Auf den Dörfern oder in der Stadt. Also wenn die Männer abends nicht brav nach Hause gekommen sind, haben sie Symptome bekommen, hat sie aber nicht gestört, hat keiner nachgefragt. Die Männer in dieser Stadt waren einfach abends immer alle zu Hause, um ihr Gegengift abzuholen. Die Kneipen gab es in der Stadt natürlich nicht, weil... Okay, das war's. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mehr von dem Quatsch gehabt. Ja. War wieder alles dabei. War wieder echt alles dabei. Es war Sachen... Es gab Sachen, die waren gar nicht so blöde. Es gab Sachen, die waren absolut grenzdibil. Boah, einordnen. Müssen wir das jetzt einordnen? Weil es ist halt... Das ist halt alles so Trash-Kram. Bunt gemischt. Wir hatten gerade auf YouTube, auf TikTok, aber auch öffentlich-rechtlich, muss man dazu sagen. Und es war auch ordentlicher Blödsinn dabei. Es zeigt ja, wie der Mittelalter ist einfach Projektionsfläche für alles. Und man kann das Mittelalter auch darstellen, wie man will. Typ mit Krone auf dem modernen Klo. Oh, ist Mittelalter. Hm, passt. Der Frühstückscafé. Ja, ist Mittelalter. Passt auch. Es geht alles. Und wenn wir mal ernsthaftere Aussagen haben, die nicht ganz so blödsinnig sind, dann sind es halt immer Sachen, die einfach für die gesamte Vormoderne gelten. Also, ob es jetzt die Toiletten waren oder die Kindersterblichkeit, all die Dinge, das ist nicht mittelalterspezifisch. Gar nicht. Niemand. Niemand würde je ein Video machen in der Antike. Die Toiletten in der Antike. Weil wenn wir Toiletten aus der Antike sehen, dann sind das immer die römischen öffentlichen Toiletten, wo die alle im selben Raum sitzen und sich dann mit diesem Wischmob angeblich den Hintern reinigen. Der ist eine Toilettenbürste. Kannst du mir erzählen, was du willst? Und es wird dann als ganz großartig hingestellt, wenn die Idee das alles sich mit dem selben Ding den Hintern aufwischen. Aber das ist, was wir in der Antike zu sehen bekommen. Dass auch in der Antike 99% der Menschen aufs Plumpsklo gegangen sind. Egal. Weil es ist nicht alles Rom und Marmor. in der Neuzeit, ja, 16. 17. 18. teilweise 90. Jahrhundert, ach Quatsch, teilweise noch 20. Jahrhundert, ist das auch nicht anders. Aber es wird uns niemand so hingestellt. Niemand würde hin, ja doch, Barock kriegt eine Menge ab, aber niemand würde so hingehen und uns im 19. Jahrhundert sowas auftechnen. Quatsch. Da wird ja selbst die härtendsten Ausprägung der englischen Industrialisierung wird ja ausgeblendet. Manchester, ach, war bestimmt netter. Nee, nee, tatsächlich. Also auch diese Nachtruppe aus dem Fenster geben, da gibt es tatsächlich aus Städten in der Industrialisierung, die wirklich exponentiell wachsen und dann auch stark urbanisiert sind. Da gibt es tatsächlich haarsträubende Dinge über Hygiene, aber das ist ja dann viel später. Das muss viel besser sein als im Mittelalter. Aufs Mittelalter kann man einfach alles projizieren. Ja, das Video hatte eigentlich nur einen großen Grund, uns oder euch zu unterhalten. Das war das Hauptding, also da muss man jetzt gar nicht irgendwie noch irgendwie versuchen, das Ganze sinnvoll einzuordnen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Ich habe das ein bisschen gebraucht nach der letzten Woche und dem Weltgeschehen. Schreibt es in die Kommentare, wollt ihr sowas ab und zu mal wieder haben, darf es auch einfach mal völlig hirnlos sein, wie in diesem Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, denn darum ging es. Und wenn ihr Spaß hattet, guckt nochmal rein. Guckt unbedingt nochmal in den zweiten Teil meines Videos über Musik im Mittelalter, der läuft gerade echt schlecht, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde ihn sehr, sehr gut, also ich hatte gute Gäste, das macht den Film gut. Klickt nochmal rein, vielleicht hat der Algorithmus es euch nicht angezeigt, irgendwas ist da nicht gut gelaufen, der hat unfassbar wenig Klicks, einfach mal draufklicken, wird gleich eingeblendet, schaut euch den Film nochmal an und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem ernsthaften Thema, bis dahin macht es gut und bleibt gesund.